Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Together MW2 spezieller Held mit mir Adebach1993 und dem PoisonMadHead Moin Leute Ja, diesmal geht es weiter mit Verluste in der Delta Kampagne Und einfach gleich mal starten Das ist eigentlich so wie Single-Player-Mission Da, wo man mit dem Ghost, äh ne nicht mit Ghost, mit Soap loszieht Wo man denn das ACR-Modul sichern muss Und In dem Schneestau hat hier ja ein Geist Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät Ja, ich spiele das immer Ab jetzt spiele ich eigentlich auch alles ziemlich blind Denn ich kenne die Mission noch nicht Ja, so Ich behalte mal meine fette AA-12 mit Kriegsherr Pro Pro Herzschlag-Sensor, Rotpunkt und Schalldämpfer Sprayen bis zum Umfallen So, ich kann sich die Leute gerade mal meinen Skin angucken Ich habe ja so einen Custom-Skin Mir vor übelst langer Zeit drauf gemacht Für die Arctis Äh, Tarnfarbe Perfekt Also jeder Schuss muss sitzen Also sie dürfen nicht, kein Mucks machen Und zu den markierten Punkten Da sind zwei, da ist einer, da müssen wir die Bomben platzieren Okay Und dann fliehen In gewisser Maßen Blöd, dass es nur einen Sniper gibt Ja Soll ich den nehmen? Okay, nehm ich Du kannst bisschen Rückendeckung Achtung, zwischen der Autos müssen eigentlich welche stehen Stimmt, soll ich sie nehmen? Warte Ja, ich sehe sie hier perfekt Ich werde beide sofort ausschalten Dann zieh, durch Hab sie Perfekt Warte mal Da rechts sind welche Da Ja, warte Okay, da müssen wir platzieren oder wie Ja Okay So, Achtung, Quack Lollollollolloll Komm, lass mal zurück Wo sie hin? Oh ja Ohlollolloll Zurück, zurück, zurück Ach scheiße Komm Die verlieren uns aber gleich wieder Okay Das ist nicht mehr Gute, das wird nicht gleich gescheitert Und kommen auch nicht die übelsten Massen. Wir sind geschossen! Ups. Ich bin auf den Schießen-Knopf gekommen. Gucken. Warum haben wir wohl Schalldämpfer? Um... laut zu sein wahrscheinlich. Nein, eigentlich nicht. Rechts stehen welche, ich höre die Stürme von rechts kommen. Jaja. Diese großen Stimmen da. Da hier links sind auch welche beim Truck, siehst du sie? Ja. Wollen wir die erstmal rechts vielleicht ausschalten? Irgendwie versuchen. Warte mal. Versuch mich mal hier lang zu kreuchen, wenn das geht. Ja. Aber ich glaube, nee, komm ich nicht durch. Nee, geht nicht durch. So, ich kommst mit meiner... Wie viele sind denn da? Es sind zwei. In meinem Truck sind zwei und dann steht da hinten, äh, Jeep noch eine. Soll ich die versuchen, jemanden bei einer A12 die rechts irgendwie umzuhauen? Warte mal. Die mach Rigmund. Double Headshot. Oh, lass mich raus hier. Ja. Alter. Ich hab dir einen Headshot nebenbei festpasst, ansonsten hat mir ein perfekter Double Headshot geworden. Ich hab schon gemerkt, ich wollte die ganze Zeit wegrennen, aber du hast mich da verpackt. Aber dann kam ich nicht mehr weg. Oh, leck. Ja. Ach. Also du hast die jetzt, ne? Ja. Cool. Wollen wir dann rechts weiter hier? Ja. Oh. Guck mal meine MP5. Da laufen zwei. Ey, die können wir da erstmal lapsen. Meinst du mal zum Truck versuchen zu kommen? Nee. Und mein Bewegungsmänner zeigt mir, dass da beim Flugzeug zwei auf jeden Fall sind. ereum один als ob auch mehr. Oh, Telefon. Oha. Mhm. Oha. Ja, ich kann es jetzt nicht auswachen. Das tut mir leid. Oh. Na ja. Hört man hier eigentlich ganz schwach. Es kommen hier vorne zwei und da hinten stehen zwei. Und da noch mal zwei. God, warte. Kann man nochmal ran gehen, da? Loll lad zurück! Komm! Kann mit. Lawlallah! Scheisse, ich bin tot! Wow! Cool, cool, cool! Warte! Okay, gut... Da ist einer! Komm mit, komm mit zurück, komm mit zurück! Juh! Oh, meinst der Frückknappmann! Alter, wenn hier jemand langkommt, der kriegt, ey, Trilf in die Fresse, Mann. Wollte ich eigentlich gerade mal absnipen. Oh, ey, Trilf hat hier aber auch eine fette Range, oder? Ja. Oh, oh, oh. Vor allem auch noch schön E21, E-B, ne, M21, E-B heißt das, ja. Oh, lol, da sind immer noch welche. Ich dachte, die Musik hat jetzt aufgehört, da ist keiner mehr. Komm. Ich muss kurz mal platzieren. Ach, weiß ich selber, das ist schlampig. Das ist nicht wahr. Hä, mussten wir, sollten wir nicht hier platzieren, oder hast du, ach, das hast du schon gemacht. Ach so, ich dachte, wir müssten da noch. Ne, einen weiter müssen wir jetzt, hier an den Jet. Okay. Oh, lass die lieber, oder? Jo. Also man kriegt's auch ohne irgendeinen Alarm aus, um auszulösen. Wir wollten ja ein bisschen Action reichen hier machen, das war alles geplant. Weil ich hab hier schon drei Sterne, das hab ich geteilt, aber wo neu war, wo MB2-Push rauskam. Oh, fuck, da stehen ja voll viele. Verdammt. Drück. Vor unserem Posten. Verdammt ey, sorry. Ich dachte, da steht keiner, ey. Da müssen wir jetzt auch noch hinter den. Ich werd gerade dauernd im Steam eingeschrieben. Moment. Kann ich ja kurz mal nutzen. Okay, wollen wir weiter? Ah, ne, da kommen die ja schon, alter. Alter, wie viele da kommen. Da ist noch einer. Den hol ich mir auch noch. So, sind alle tot. Ne, der liegt noch im Last Stand. Ja, okay. Ja, ein Schuss aus der MP5. Wie gesagt, um Krach zu machen. Bisschen Action reich hier. Ja. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Action reich haben. Okay, A12, wir rennen jetzt rein, ich spray alle oben. Oh, ist ja keiner mehr da. Ey, falsches Haus, oder? Nein. Hier rechts lang. Ah, okay, stimmt. Hier, hier steht normalerweise eine. Genau hier. Mach Bodyguard hier, du kommst hier nicht rein. Hm. Ja, den haben wir aber weggelockt. Okay, und jetzt? Ah, da. Okay, diesmal bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Gehen wir mal rechts lang. Oh, da sind zwei. Oh, die kommen in unsere Richtung. Die kommen hier zwischen. Ja, ich achte mal auf hinten. Ne, ich achte mal auf der anderen Seite. Okay, ich könnte sie jetzt beide ausschalten. Soll ich? Warte, ich hab hier auch noch einen. Und sie gehen aber woanders, also sie gehen. Lass sie ziehen. Ja, sie gehen, okay. Ah, pass auf, nicht dass die von hinten gleich kommen. Ich kill den einen vor uns. Jo, mach. Oh, ne, der andere da hinten hat's auch Alarm bekommen. Scheiße. Komm hier unter. Jo. Oh, fast. Ich werde angeschossen. Willst du das Magazin? Bin leer geschossen. Hm. Weil so schlau sind die eigentlich, die KIs. Oh, die haben mich schon eben angefragt, ja. Gleich holen wir jetzt Hobbes oder so. Wie noch hier. Gut, du haben hier, wo es halte. Auf geht's. Ne. Es ist leichter, wenn sie nichts mitbekommen. Oh mein, was Neues. Oh ja. So. Für Springladung müssen wir eigentlich nur anbringen. Gar keine. Einfach nur hier durch. Gute Arbeit. Halt mal gucken, wie lange wir gebraucht haben. 8 Minuten 29. Perfekt. Ich hab 19 Abschüsse. Du hast 13 Abschüsse. Ja. Du lässt mich ja nie aus Abfallern. Ja. Ja gut. Nein. Wie lange wir gewinnen. So, was müssen wir denn als nächstes machen? Oh, Delta. Terminal. Die wird relativ schwer. Packen wir alles. Oh ja. Also die wird relativ schwer. Also, da. So sieht es dann beim nächsten Mal aus. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao.